Alles gut bei dir? Ja, ja. Ich bin gar nicht bei dir. Ist ja auch nicht so, dass ich sterbe, ne? Alles klar. Gut. Bop, bop. Nein! Ah, Zendus, wo warst du denn? Ich? Weg? Ha, 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 ha. Ihr seid gestorben? Nein. Dann ist er gut. Dann ist ja alles gut. Meine Waffe war noch nicht nachgeladen. Und das Schlimme ist, wenn die diesen... Die springen ja immer auf einen drauf. Das ist viel schlimmer. Ja? Wirklich? So, ich muss mir einen gewöhnen auch zu machen. Was? Nein, die hole ich mir jetzt. Hallo? Oh, das geht viel einfacher. Was ist denn? Stunnsprung und dann voll in die Fresse schießen. Ging nicht? C. Okay. Wir stampfen alles nie. Vor allem, wie weit die wegfliegen, ne? Ja. Ich stampfe sie nie da, die Schweine. 24 Stück vorne. Vor allem, wie die wegfliegen. Ja, der Weltall, ne? Jetzt geht's besser. Ja. Jetzt geht's besser. Flaschlooter. 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 Aber das ist die Hälfte drin. Ist klar. Ich hole mir noch das Wichtigste aus. Ja, komm mal mit. Warte, 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 warte. Das hier? Oder das hier? Das hier? Oder das hier? Das hier? Was ist das denn für eine Waffe? was ist das für eine waffe so und dann hierüber ja ist ja gut ich komme ja schon laserwaffe und die bitte nicht doch hast du doch auch so eine so eine smg ach du hast die gleich schon das beste genommen doch gar nichts genommen ich würde gar keine nehmen ich würde nur welche zu verkaufen ich auch nicht viel platz habe ich damit da soll ich einsammele ich schon mal ins auto obwohl ich kann die einwölk sammeln ja nehmen müssen da hinten in ok das auch fett sagt wie ich habe schon gesehen platz für den platz effekt kante idiot nein nemals immer stündchen nehmen wir schon auf Nein, niemals. Nein. Ich drücke echt immer Tab-on auszusteigen. Das soll öffnen. Alles. Diese Tür dort einzutreten. Äh, ich hab an der Steuerung rumgefummelt. Schaut, da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht, aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag denen einfach das Passwort. Es lautet ARR. Ich warte hier, alle hier sind von der Fernseher-Moboter. Allein, geheimnisvoll, verzweifelt in seinem Wunsch, nach Bindel. Ja, da hinzu hin, ist klar. Boah. Geheimeingang. Wir so weit. Und am Arsch der Welt. Ja. Obwohl es scheint auch nah zu sein. Das ist nicht nah. Nah, da durch. Da lang. Äh, wo war das? Da? Da lang? Hm? Nee, da, 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 da. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Überlang. Hallo. Ich muss erst Müllton wühlen. Ich bin der Müllton-Mann. Ja, das bist du echt. Ich bin der Müllton-Mann. Danke, das bist du echt. Ich hoffe, du kennst das Passwort. Ja, das ist das Passwort. Du kannst rein. Moment. Wo ist der blöde Schalter? Ja. Damit kommst du zu dem geheimen Eingang. Und willkommen bei der... Ich geh hoch. Hm? Ich geh hoch. Ja, was willst du da rum? Äh, ein bisschen Geld sammeln. Ja, Geld und Munition. Aha. Oh, zwei Kids. Hallo. Hm, welche Waffen nehme ich denn? Überlegung. Ich will eigentlich so eine Maschinenpistole... Mach du mal. Seinты-stille-stille-stille-stille. Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Belly. Sag du's mir! Das ist kein neuer Rekru�! So viel ist klar! Belly. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines! Den Tee zu kochen! Jah spuh- Nein, him in Stücke heißen! Mein ich ja! Du bist schräg. Auf hin, jungs! Nein, bist auch irgendwo gü Morris. Ja! Sch interdisciplinary... der machte elementarschal mittlerweile erinnert mich wie dieser sirenen dinger vorher macht aber schon länger ja vorher ja aber jetzt macht auch gift kümmern sich um den oberen uhr was kraft mich denn von hinten an bist du so gestorben zurückgeflogen ich brauche gerade sauerstoff ein bisschen so da bin ich nicht mehr auf bahn auswählen können aber ich wollte mal gucken wo ich gerade habe wie ich da lang fliege ist er gleich tot was denn los gleich wir sterben hier von euch nicht ich was denn los ist ja gleich tot was denn jetzt auf einmal taktisch spiel neben borderlands was ist denn hier was für eine sache beim stehen sehr ungewohnt eigentlich borderlands einfach hat dann machen jetzt taktisch spiel oder was du bist der tod war ja noch nicht wie kommt das starke gegner hier das muss ich auf jeden fall mit dem sprung was los ist ja nicht mehr ich brauche irgendwas mit retten kann diese monsteine christian hinterher geschmissen ihr weiß noch diese kristalle aus borderlands du musst das zusammenkratzen damit du überhaupt was gutes bekommen hast und jetzt überall mitnehmen brauche ich nicht brauche ich nicht ach mann willst du auch eine laserwaffe haben wieso ich hab noch ne ich hab die zu verkauf hier eine naja die verbrallt reich munition deswegen habe ich die verkauft ich kann die aber wiederholen seit dem angebot nahkampfschaden ok macht zu wenig ich mach zu wenig mit nahkampf naja ja wir sind irgendwie bisschen schlecht oder kann das sein nein warum kommst du denn da drauf hm ok die ist höher weiß ich auch nicht das so mal schauen welche waffen besser sind die ist besser keine zweite waffe die ich benutzen kann die anderen sind level 9 oder level 11 lächerlichen markus munition ist immer alles lächerlich manchmal das beste kriegst du eh immer aus den kisten ja obwohl du hast ja auch gerade nicht sowas zu fahrer gekriegt ne oder hast du gerade was wahres bekommen ne 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 wirklich ja was ich jetzt gerade noch nicht benutzen kann mal guck gladiatoren brauch ich nicht ach was hast du denn da oben gekauft bei ihr klar nicht ich glaube ich muss mal mein schild auswechseln oder Ich muss mich auch gerade machen, hab Besseres bekommen jetzt. Na, ich kauf glaube ich ein Besseres. Fact-Trap. Ein Fact-Trap. So, das hab ich schon mal. Na gut, fertig. Nastrovia. Das nimm ich. So. Äh, ja, wollen wir hier aber jetzt mal einen Cut machen? Einen kurzen Cut? Oder was? Erstmal einen Cut. Und Centus hat Geburtstag. Ja! Centus hat unser Geburtstag. Alles Gute! Ja! Ja, richtig! Und dann mit uns zum nächsten Mal bei Borderlands Dequery mit Flash. Mit Centus!